Guten Tag, heute liebe Schüler, liebe Schüler, herzlich willkommen zu Ihrem Abiturprogramm heute und ich hoffe, Sie sind heute zu Hause und Sie haben wieder Spaß, Deutsch zu lernen. Wir fangen natürlich bei diesem Abiturprogramm mit dem Thema Familie und persönliche Meinungen, persönliche Beziehungen und das ist unser Thema bei dieser zweiten Lektion und wir fangen mit der ersten Sequenz an. Wir fangen mit einer kleinen Aufgabe an. Finden Sie passende Wortpaare. Diese Wörter sind sehr wichtig. Wenn wir natürlich an den Anfang der Lektion 2 denken, wir haben die Adjektive dick, ruhig, pünktlich, schlank, viel, langweilig, aktiv, nervös, spät und wenig. Als Beispiel fangen wir an mit das Wort wenig und wir können jetzt sagen, dass das Adjektiv viel zu wenig passt. Also denken Sie daran, es geht hier natürlich um Gegenteile. Versuchen Sie jetzt so schnell wie möglich diese Aufgabe zu machen. Und jetzt machen wir weiter. Wir kontrollieren zusammen, was Sie jetzt schon gemacht haben. Langweilig passt zum Adjektiv aktiv. Also wenn wir sagen, ich bin langweilig oder er ist langweilig. Das Gegenteil wäre dann, er ist aktiv. Pünktlich passt zu spät. Wir sagen zum Beispiel, ich komme immer pünktlich zur Arbeit oder ich komme spät zur Arbeit. Das Adjektiv nervös. Wir sagen, ich bin sehr nervös zum Beispiel. Wenn man auch zu viel raucht und zu viel Kaffee trinkt, dann sagen wir, man ist nervös. Und zum Adjektiv nervös passt das Adjektiv ruhig. Wir sagen, er ist oder ich bin ruhig. Dick. Wir sagen zum Beispiel, man ist dick, wenn man über 80 Kilo wiegt. Und das Gegenteil wäre schlank. Also schlank ist natürlich positiv und dick ist negativ. Besonders die Kinder, wenn sie dick sind, weil sie zu viel Schokolade essen. Wir machen weiter. Und zuerst einmal erinnern Sie sich noch an Barbara. Also Barbara haben Sie schon kennengelernt bei der ersten, am Anfang der zweiten Lektion. Wir sehen zusammen hier. Also wir machen weiter. Mit dem Text hier über Barbara. Barbara ist seit zwei Jahren mit Hans verheiratet. Aber in der letzten Zeit ist er mit ihr nicht mehr zufrieden. Er kritisiert an ihr, dass sie zu dick geworden ist. Dass sie das und das und so weiter ist. Er kritisiert an ihr, dass sie immer mehr versuchen, jetzt diese Nebensätze mit das zu beenden. Er kritisiert an ihr, dass sie immer mehr, dass sie fast immer zu und so weiter. Diese Wörter und Ausdrücke können Sie benutzen. Wir haben hier rauchen, spät kommen, nervös sein, langweilig sein, zu viel arbeiten. Also der Mann von Barbara ist nicht mehr zufrieden mit ihr. Er kritisiert sie viel. Und wir können sagen, er kritisiert an ihr, dass sie immer mehr raucht, weil sie natürlich nervös ist. Er kritisiert an ihr, dass sie fast immer zu spät kommt. Warum? Warum? Denn sie arbeitet bis spät abends. Er kritisiert an ihr, dass sie zu nervös ist. Denn sie arbeitet zu viel und sie raucht auch. Wegen Stress. Und er kritisiert an ihr, dass sie langweilig ist. Und endlich können wir dann sagen, er kritisiert an ihr, dass sie zu viel arbeitet. Das ist Barbara. Und der Mann hat natürlich Probleme. Oder wir können auch sagen, Barbara hat Probleme mit ihrem Mann. Wir machen eine kleine Aufgabe dazu. Die erste Frage ist, finden Sie die richtige Reihenfolge? Und es geht hier immer mit das Sätze. Das heißt, mit den Nebensätzen, mit das. Ich glaube, dass... Und Sie haben hier in der Mitte einen Wortsalat. Sie versuchen, den Satz zu ergänzen. Aber richtig, bitte. Ja? Gut. Versuchen Sie es allein zu machen. Also, ich glaube, dass Liebe... Was können wir jetzt weitermachen? Ich glaube, dass Liebe in der Ehe am wichtigsten ist. Wie Sie sehen hier, im Nebensatz mit das steht immer das Subjekt nach dem das und das Verb, das konjugierte Verb oder das Finitum am Ende, kommt dann immer ans Ende. Wir machen weiter immer mit derselben Satzstruktur. Und das ist eine andere Meinung über die Ehe, über die Heirat. Das Subjekt ist natürlich eine Ehefrau. Und dann sagen wir, ich bin dagegen, dass eine Ehefrau arbeitet. Das Verb bleibt am Ende. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich bin der Meinung, dass... Was ist jetzt korrekt? Wir suchen immer nach dem das ein Subjekt. Und das Subjekt hier ist eine Ehe. Und wir können dann sagen, ich bin der Meinung, dass eine Ehe ohne Kinder nicht glücklich sein kann. Also, wir machen immer weiter. Ich bin sicher, dass... Ich bin sicher, dass die Ehe in 50 Jahren tot ist. Und wiederum steht das Verb immer am Ende des Nebensatzes. Gut. Wir machen weiter mit einer anderen Aufgabe. Welcher Satz ist sinnvoll? Nummer 1. A. Hans glaubt. B. Hans spricht. Oder C. Hans fragt, dass Barbara sich von ihm trennen will. Richtig ist A. Hans glaubt, dass Barbara sich von ihm trennen will. Nummer 2. Was ist immer richtig? A. B. oder C. Viele Freunde hoffen. Oder B. Viele Freunde leben. Oder C. Viele Freunde zeigen, dass sie trotzdem Freunde bleiben. Was ist korrekt? A. Ist richtig. Viele Freunde hoffen, dass sie trotzdem Freunde bleiben. B. Es ist teuer. Oder B. Es ist nett. Oder C. Es ist verrückt, dass sich Barbara scheiden lässt. Richtig ist C. Es ist verrückt, dass sich Barbara scheiden lässt. Und Nummer 4. A. Es ist selten. B. Es ist schade. C. Es ist falsch zu glauben, dass die Ehe die Liebe tötet. B. Wir kommen jetzt zu der grammatischen Struktur und wir studieren den Nebensatz mit das. B. Hans kritisiert an Barbara, sie ist zu dick geworden. B. Wie können wir zum Beispiel diesen Satz mit das bilden? B. Und dann bekommen wir einen Nebensatz mit das. B. Wie Sie sehen hier, Hans kritisiert an Barbara, dass sie zu dick geworden ist. B. Und das Verb ist, kommt dann ans Ende. B. Wir ergänzen jetzt zusammen die Regel. B. Folgende Begriffe können eingesetzt werden. B. Das sind Hilfe für Sie. B. Wir haben am Ende, B. Wir haben Nebensätze und dann das Subjekt. B. Sie versuchen jetzt, diese Regel zu ergänzen. B. Nach der Konjunktion das steht, was ist korrekt. B. Und im Nebensatz steht das Verb immer, was glauben Sie jetzt. B. Die Regel ist vielleicht für Sie schon klar. B. Gut. Sätze, die mit das beginnen, sind Nebensätze. B. Nach der Konjunktion das steht, immer das Subjekt. B. Und im Nebensatz steht das Verb immer am Ende. Nebensätze mit das beginnen auch oft mit den folgenden Sätzen. Sie müssen auch diese Sätze lernen. B. Ich habe geantwortet, ich habe erklärt, ich habe gesagt das, ich habe gehört das, ich bin der Meinung das, ich habe geschrieben das, ich habe vergessen das, ich habe, ich glaube das, ich bin überzeugt das, ich habe mich gefreut das, wir wissen das und so weiter. B. Mit folgenden Sätzen bildet man auch das, wir können auch sagen, es ist falsch, das, es ist richtig, das, es ist wahr, das, es ist klar, das, es ist lustig, das und so weiter. B. Was ist jetzt Ihre Meinung? Bilden Sie jetzt Sätze. Es gibt viele schlechte Ehen. Ich glaube. Die Liebe ist das Wichtigste im Leben. Ich meine, ich meine, versuchen Sie jetzt, einen Nebensatz mit das zu bilden und wir kontrollieren die Aufgabe zusammen. Also wir können sagen dann, ich glaube, dass es viele schlechte Ehen gibt. Oder ich meine, dass die Liebe das Wichtigste im Leben ist. Wir machen weiter mit derselben Aufgabe. Ohne Kinder ist man freier. Es stimmt. Oder Schöne Frauen sind meistens dumm. Aber das sind nur Vorschläge. Ich bin nicht der Meinung. Also Sie bilden immer Sätze. Natürlich denken Sie an die Nebensätze mit das. Gut. Wir können dann sagen, es stimmt, dass man ohne Kinder freier ist. Oder bei dem zweiten Beispiel, ich bin nicht der Meinung, dass schöne Frauen meistens dumm sind. Gut. Jetzt kommen wir ganz kurz zum Thema Familie. Sie sehen hier eine deutsche Familie. Wie viele Ehepaare sehen Sie auf diesem Familienbild? Also wenn Sie ein gutes Gedächtnis haben, dann können Sie natürlich daran so schnell wie möglich natürlich wieder denken und Sie können auch die Ehepaare merken. Sehen Sie hier die Ringe hier. Das sind die Symbole für das Ehepaar. Also gut. Wir haben hier drei Ehepaare. Wir haben Elisabeth mit Karl-Heinz und Frauke und Dirk und Andrea und Florian. Wie viele Kinder hat jedes Ehepaar hier? Also Sie sehen hier noch einmal die Familie hier. Wie viele Kinder hat jedes Ehepaar? Gut. Karl-Heinz und Elisabeth haben vier Kinder. Das zweite Ehepaar hat Charlotte und Georg und das dritte Paar und Nikolaus. Entschuldigung. Und das dritte Paar hat Iris und Elke. Wie nennt man jetzt Charlotte und Nikolaus? Also wir versuchen diese Aufgabe gemeinsam zu machen. Also denken Sie an die Familienmitglieder. Wie heißen sie? Also im Allgemeinen sagen wir Charlotte ist ein Mädchen und Nikolaus ist ein Junge. Wenn wir über Charlotte und Nikolaus sprechen, was sind sie als Geschwister? Das heißt, wie nennt man sie in Bezug auf die Geschwister zum Beispiel? Also Charlotte ist, sagen wir, meine Schwester und Nikolaus ist mein Bruder. Für die Eltern ist Charlotte eine Tochter und Nikolaus ein Sohn. Und für die Großeltern, Charlotte ist eine Enkelin und Nikolaus ist ein Enkel. Für den Onkel und die Tante ist Charlotte eine Nichte und Nikolaus ein Neffe. Gut, das wär's für heute und ich muss mich von euch verabschieden. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.